Hallo liebe Filmfans, heute haben wir in unserer Independent Days Home Office Studio Schatztruhe etwas ganz Besonderes für euch, nämlich den Underground Award Gewinner von 2019 und das ist Teppichluder von Alexander Lohny, viel Spaß dabei. Ja, wir sind dran. Mein Agent und ich sind dran. Mein Dreh, mein letzter, liegt auch schon ein bisschen zurück. Weißt ja, wie das ist. Oder? Warst du schon mal so weit vorne? Ja. Kleiner Scherz. Ja, also ich dreh nächste Woche. Ach. Ja, so. Wie kommt's? Erzähl. Ja, was schönes, kleines, super Team, super Kettering. Toll, freu ich mich. Von Herzen sehr. Du, auch wenn's klein ist. Ja? Ich freu mich. Ja, klein viel macht auch Mist. Wer ist das? Ja, kennst du nicht, ne? Nee. Ja, wir kennen uns auch persönlich. Ja? Hast du was mit dem gehabt? Also ich bitte dich. So eine bin ich nicht. Gott, was ist das denn? Das hat sich doch was machen lassen, oder? Die Lippen. Nein, die hat die Brüste sich doch letztes Jahr machen lassen. Das stand doch ganz groß in der Bild. Das ist jetzt auch kein Geheimnis mehr. Willst du's machen? Ich? Und meine Brüste? Ja, was tut man nicht alles für die Karriere, oder? Achtung. Weg. Guck weg. War das nicht das? War das nicht hier? Was macht der schon wieder? Also... Hab ich auch richtig gesehen, ne? Ist er durch? Ich kann ja jetzt nicht hingucken. Ja, ja, der ist durch. Der ist zur Toilette. Was macht der hier? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, der hat uns jetzt nicht gesehen. Ich mein, der dreht nix, wisst ihr? Du, manche sind doch einfach nur Gäste. Ah, guck mal, wer da ist. Hallo. Hallo. Ich hab jetzt meiner Agentur nicht gesagt, dass ich hier bin. Echt? Nee. Ach. Warum? Der ist, ach, der ist manchmal so komisch. Ich hab das Gefühl, der macht gar nix für mich. Ach, guck mal. Wo denn? Da, am Eingang. Ah, schön. Ja. Die hab ich ja mal wirklich privat, äh, nein, privat, aber ich hab mich schon mit ihr ein bisschen länger unterhalten. Ja? Mhm. Dankeschön. Ich geh da mal abräumen, ja? Okay. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet morgen wieder rein zu einer neuen Folge. Und bis dahin bleibt gesund und alles Gute. Tschüss. Tschüss.